Vater, kannst du mir kurz deine Kreditkarte geben? Hier, aber gib nur 10 Euro aus. Ich muss sparen. Und außerdem reichen mir eigentlich 2 bis 3 Euro und bringen meine Karte ganz schnell wieder zurück. Mein Sohn, du bekommst seit heute Morgen Durchkundpakete. Hast du was bestellt? Ja, Vater. Das ist mein neues Handy und ein paar Schuhe. Vater, Tür! Sag mal, wie hast du das eigentlich alles bezahlt? Papa, kannst du die aufmachen? Du, sag mal, welcher Idiot ist so großzügig und bringt uns so viele Pakete? Papa, gleich kommt das nächste Paket. Da sind meine neue Spiele drin. Was? Noch mehr Pakete? Oh, was ist das denn? Papa, ich dachte, du hast nur 10 Euro auf deiner Karte. Hier kriegst du deine Karte wieder zurück. Was? Du hast alles mit meiner Karte bezahlt? Papa, Tür!